Ja, herzlich willkommen bei Heidek.TV. Mein Name ist Dominik und cool, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute ist es wieder Zeit für eine neue Transformation, wie jeden Freitag. Erstmal herzlich willkommen Sascha bei uns im Haus. Bist du aufgeregt? Das geht. Zitterst ein bisschen. Brauchst du nicht, weil alles wird gut. Bis bei Kathleen in guten Händen. Kathleen hat ja mittlerweile ihre eigene Fanpage. Wir könnten ja schon überlegen, einen eigenen Instagram-Channel für dich hier aufzubauen. Aber das freut uns ja, weil das ja eine Bestätigung ist von deiner Arbeit. Und ihr freut euch auch, weil sie wieder die Transformation heute macht. Ja, was machen wir? Ich frage mal meine Kunden im Vorfeld mit Kathleen und was machen wir heute bei dir? Und die meisten oder jeder Zweite sagt eigentlich, oh du Dominik, Kathleen, einfach Seiten kurz oben lang. Wir lassen es so stehen, Seiten kurz oben lang. Das war die Transformation und viel Spaß und bis später. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.